Ich präsentiere euch heute einen Rosato vom Weingut Bagioro Sizilien. Ein erstaunlich leichter Wein. Sizilien ist immer sonnenverwöhnt, kräftige Weine, aber hier der Rosato wirklich eine schöne frische. Der Sari wirklich ein Aperitivwein, ein frischer, fruchtiger Wein, der auch perfekt zum Fisch passt. Also wirklich ein klassischer Rosé, wie man ihn eigentlich gar nicht so unbedingt auf Sizilien erwartet. Viel Spaß mit dem Wein, probiert es den mal aus. Also auch wenn das Wetter nicht so heiß ist, trotzdem zum Fisch einfach mal probieren. Rosé ist nicht nur Aperitivwein, sondern auch zu Lachs oder solchen Gerichten, Garnelen oder Nudeln ganz, ganz toll zum Genießen.